Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Info-Video. Ja, ähm, wie ihr gemerkt habt, ist den letzten Tag nichts gekommen. Das liegt daran, dass ich ziemlich böse erkältet bin, ja, und das, äh, die ganze Zeit Husten und Niesen und so, da konnte ich einfach nichts aufnehmen, einfach aus dem Grund, weil ich immer noch keinen ordentlichen Mute-Button habe. Und, naja, das Video wurde da einfach nur zu 50 bis 75 Prozent aus, oh, ich muss mich gut, mein Husten muss bestehen und das, nee. Da dachte ich mir, okay, dann kommen wir jetzt lieber mal ein paar Tage in nichts und, ja, bald geht's wieder erfrischt weiter. Ähm, ja, dieses Info-Video, nach diesem Info-Video werden noch ein paar Tage ohne Videos kommen wahrscheinlich, aber spätestens um den 1.10. wird dann wieder, äh, wird dann Video, nee, wird dann wieder ein Video kommen, SMP, für alle SMP-Begeisterten, Minecraft wird SMP natürlich nicht ersetzen, ja, nur um vorzusagen. Ähm, genau, und zwar ist am 1.10. ein 2-Jahre Life of Dreams Special of Life of Dreams mit ganz vielen Events und so, da mach ich so Special-Videos zu, so ungefähr 1-2, ich bin mir noch nicht sicher, so lange Videos, 30 bis 60 Minuten, hatte ich geplant, wie das genau aussehen wird, weiß ich noch nicht. Mal gucken, ne? So, ähm, aus dem Minecraft, ja, ähm, ich bin echt, ähm, enttäuscht, muss man sagen, wenn mir das so schlecht ankommt. Das ist eben der Nachteil in SMP, glaub ich, dass es einfach, wenn man SMP macht, dann kommt nichts anderes an. Das find ich etwas schade, aber, naja, ähm, dann ist es ja gut, damit ich jetzt Minecraft mach, um auch noch so nebenher ein bisschen was anderes zu machen, um nicht nur SMP zu haben, ja? Also, ähm, ja, außerdem, Minecraft, für alle, die es interessiert, die nicht, die können jetzt abschalten, es kommt nichts mehr für SMP, ähm, wird wöchentlich kommen, einmal die Woche, beziehungsweise zweimal, beziehungsweise dreimal, ich guck, wie ich's schaff. Geplant ist Samstag, wenn ich mehr Zeit hab, Samstag, Sonntag, wenn ich noch mehr Zeit hab, Freitag, Samstag, Sonntag, und, für den unwahrscheinlichen Fall, damit ich extrem viel Zeit hab, wo man extrem viel machen will, kommt Minecraft täglich. Ja, außerdem wird dann, äh, wenn es nur einmal wöchentlich kommt, eine 1-Stunden-Folge geben, ja? Dann hoffe ich, euch hat dieses kleine Video gefallen, ja? Keine Angst haben, es geht bald wieder weiter, ja, bis denn und tschö!